dachte das ging schwerer jetzt muss ich hier für die eisiger extra noch so einen blöden fuß an baum nageln hallo ich bin der vari und ich habe von eisiger eine neue kamera zugeschickt bekommen zum testen und zwar ist das die i g 500 ich habe diese kamera schon kurz getestet bevor ich dieses video angefangen habe ein paar tage lang und ich muss sagen als monitoring oder überwachungskamera ist diese kamera richtig gut ich kann die mit meinem telefon bewegen wie ich möchte ich kann die aufnahmen live sehen ich bekomme benachrichtigungen wenn aktivitäten festgestellt werden die videos werden aufgenommen gespeichert und so weiter und so fort ich kann weiß licht einschalten in der nacht wenn ich möchte in der live ansicht kann ich weiß ist nicht dazu schalten ich kann wenn es sich um jemanden handelt der eintritt er bittet an der tür steht kann ich den ansprechen mit der gegensprechfunktion zum beispiel wenn ich sehr weit weg bin im garten im schuppen oder so dann kann ich sowas machen funktioniert alles im wald ist die gegensprechfunktion nicht so gut geeignet aber man könnte ja zum beispiel wenn irgendwelche waschbären dummheiten machen an der salz lecke könnte man die ja auch anbläken und dann hauen die auch ab geht auch was mir nicht gefällt ist die video qualität die auf der karte gespeichert wird die ist sehr schlecht für uns wild kamera freunde die aufnahmen aus dem wald haben möchten ist diese kamera nicht geeignet die videos die abgespeichert werden auf der speicherkarte die sind unglaublich klein damit sie auch aufs telefon direkt live übersendet werden können oder in die cloud übertragen werden können und daher ist die qualität dieser videos um sie sich an einem großen monitor anzuschauen sehr schlecht man muss also bedenken was man mit dieser kamera machen möchte bestimmtes gebiet überwachen als jäger zum beispiel sein revier begutachten möchte man eine holzhütte im wald überwachen oder halt auch im garten rechtliche hinweise müsst ihr euch dann selber arbeiten wie zum beispiel schilder die man aufstellen muss und so das brauche ich jetzt nicht erklären dafür ist diese kamera richtig gut ich hatte die jetzt abgebaut hier hängt an der rubin hier ist noch dieser dieser halterung man kann die kamera da aufstecken und auch wieder abziehen man muss ein bisschen dolle ziehen um die abzubekommen ist nicht so gut gelöst aber funktioniert ich hatte die jetzt abgebaut weil ich von eisiger eine nachricht bekommen habe dass ich nicht dazu gezwungen bin die mitgelieferte sim karte zu verwenden sondern auch meine eigene verwenden kann und das will ich jetzt mal probieren leider kommt man an dieser sim karte die ist da unten drin sehr schlecht ran deswegen habe ich mir eine pz mitgenommen so dann wechseln wir mal jetzt weiß ich nicht genau wie das funktioniert ich denke mal ich muss die kamera resetten und wieder neu einbinden so machen wir mal schalten wir sie mal ein und machen mal reset einschalten ist der knopf und reset ist der system reset ok so gucken wir mal was passiert kamera blinkt rot ich habe mit eisiger e mail austausch gehabt weil mich stört es dass ich gebunden bin an dieser eine sim karte und da hatte mir eisiger geantwortet es ist auch möglich die eigenen sim karten zu verwenden und das hatte ich probiert ich habe mein anbieter ist drin ist online black sim habe ich probiert geht leider nicht so ich habe jetzt die sim karte von netzclub installiert das funktioniert die karte wurde erkannt also netzclub funktioniert ich zeige euch jetzt erstmal die aufnahmen außerdem zeige ich euch noch den unterschied zwischen cloud video und sd karten video dann gibt es nämlich auch noch unterschied die cloud videos sind noch kleiner und noch stärker komprimiert alles andere kommt dann nach der sequenz weil ich lasse die kamera jetzt noch mehr hängen ein bisschen gut haben auf der sim karte ist noch drauf das nutze ich natürlich und dann gibt es hier noch ein paar eindrücke das l cornet und dann gibt es wir auch noch mehr die hier die haben Untertitelung des ZDF, 2020 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 schön 20 sekunden geräte alarm das bedeutet wenn eine bewegungserkennung stattfindet macht diese kamera ein geräusch und das möchte ich nicht kontroll leuchte soll aus sein genau jetzt ist auch aus audi von audio funktion machen wir mal 100 prozent zeit synchronisieren so schön hallo okay das ist sehr laut kann ich die drehung also ihr habt gesehen die kamera lässt sich relativ einfach einrichten und auch relativ einfach bedienen es wird eine sim karte mitgeliefert mit einem startguthaben mit einem testguthaben von 200 megabyte klingt unglaublich wenig ich habe die kamera jetzt aber zwei wochen lang getestet und ich habe gerade mal 30 megabyte verbraucht ein video und was übertragen wird aufs telefon hat so und etwa 500 kilobyte auf zehn sekunden als ist wirklich klein auf dem telefon sieht es einigermaßen gut aus auf dem großen bildschirm sieht es natürlich dann dementsprechend sehr schlecht aus die kamera arbeitet selbstständig automatisch nimmt videos auf und die kann man sich dann später auf dem telefon angucken also sowas funktioniert alles die kamera arbeitet mit infrarot leds die man auch jederzeit umschalten kann auch weiß licht das sind so eine kombinierten leds das habe ich auch schon probiert hier haben waschbären hier waren waschbären vor der kamera und ich habe dann einfach mal angesprochen das team von eisiger hatte mir ja geschrieben dass ich andere sim karten verwenden kann jetzt habe ich ausprobiert netzclub die funktioniert und ich habe ausprobiert com star und die funktioniert auch netzclub ist eine kostenlose karte die im monat 200 megabyte zur verfügung stellt klingt sehr wenig aber ein video mit zehn sekunden ist gerade mal so um die 500 kilobyte groß von der cloud herunterladen sind sogar noch kleiner ich habe in dem einen monat wo ich die hier getestet habe 200 megabyte nicht vollständig verbraucht da sind noch 120 megabyte übrig also es funktioniert mit ganz wenig datenvolumen allerdings gibt es bei netzclub den nachteil diese karte steht nur einmal pro haushalt zur verfügung bei com star gibt es den tarif wie ich will prepaid wenn man da auf der seite anklickt ein gigabyte monatlich flat und alles andere nicht anklickt dann kostet das ding zwei euro im monat zwei euro im monat finde ich im gegensatz zu den tarifen von eiot richtig klasse das ist in ordnung und genau weil man andere sim karten verwenden kann hat diese kamera noch mal ein pluspunkt bei mir bekommen und das macht sie sehr attraktiv wenn man sparsam monitoring betreiben möchte finde ich gut die eisiger habe ich schon abgebaut ich baue noch den henkel hier ab als überwachungskamera ist sie hervorragend geeignet so das war es jetzt von mir ich verabschiede mich jetzt auf meinen kanal gibt es weitere wildkamera tests und videos die seht ihr dann wenn ihr abonniert habt bis dahin wünsche ich euch alles gute bleibt gesund ciao euer warin eisiger hat mir soll ich wirklich von anfang an ein bisschen guthaben habe ich noch von eui mitten diese klein sd kartenslots jetzt klemmt die karte so formatieren kann nicht sein ist eine 64er das hauptmerkmal dieser kamera mitgeliefert wird eine eiot eine eoit mit es wird eine sim karte mitgeliefert zwei im monat und eben weil man andere speicherkarten mann habe ich heute wieder verspreche ich habe auch ein trockenen hals ein bisschen erkältet